Heute im Team von dieser Organe gibt es gespeichert in der hessischen Landeskarte. Zweiter bei der hessischen Meisterschaft in diesem Jahr, Herrchen Rohe. Zweiter bei Zierich-Gleichstelle in allen Pferden in diesem Reichen. Über 50 Platzierungen in der Scherenkasse aus Hessen geben ein Maximilian Reitz. So, ihr beiden, macht euch bereit. Wir machen den Start rein. Wir zeigen gleich noch wie das Kegelfahrt. Wir haben einen Disziplin für die Farbe. Erstmal ist nur das Kegelfahrt, dann das Kegelfahrt, dann das Gelände. Wir kürzen es ein bisschen ab. Auf die Plätze, fertig und los geht's! Abone Ausländer, Totона Reitz. Dortik, geht's mit der Szene постро. fellow Ausländer. Das ist bei der shepherdderen Rieter desire. Auf die Plätze der Rieter zie 십. Th advisorsjaw der Wiesinger. drawer inmasz. 있으 stencil der Sand Voional addict ein paarệpken. Das ist die ganze Zeit. So, danke, ihr alle. Auf und jetzt, auf und jetzt. Und jetzt ist es auf und auf und auf. Und jetzt ist es auf und auf. Und jetzt ist es auf und auf. Und jetzt ist es auf und auf. Auf geht's. Applaus Applaus